Mehr Beschleunigung für den Tesla S. Visual Studio 2015 erschienen. Intels Broadwell Prozessoren im Test. Hallo, willkommen zum Wochenrückblick von Golem.de. Mein Name ist Tobias Kölsch. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ludacris nennt der US-Hersteller Tesla Motors eine neue Beschleunigungserweiterung für sein Model S. Den Namen hat das Unternehmen aus der Science-Fiction-Filmkomödie Spaceballs. Dort heißt eine der Überlichtgeschwindigkeiten Ludacris Speed, wahnsinnige Geschwindigkeit. Über diese Werte kann das Green Team aus Baden-Württemberg allerdings nur lächeln. Es hat mit seinem Elektro-Rennwagen gerade einen neuen Beschleunigungsweltrekord aufgestellt. Das Auto war in 1,779 Sekunden 100 Kilometer pro Stunde schnell. Das ist Ludacris. Mit Microsofts Visual Studio 2015 ist es möglich, einen guten Eindruck von Windows 10 zu bekommen. Mit dem Entwicklerwerkzeug sollen vor allem Apps für das neue Betriebssystem erstellt werden. Microsoft hat dafür mehrere Emulatoren integriert. Hilfe beim Schreiben von Code bietet die neue Compiler-Plattform Roslyn. Weitere Neuerungen sollen nach der Veröffentlichung von Windows 10 folgen. Dazu gehört etwa die Möglichkeit zum Portieren von Android und iOS-Apps auf Windows. Versprochen und geliefert. Wir haben Intels stark verspätete, jedoch richtig gute Broadwell-Prozessoren mit vier Kern und der neuen 14-Nanometer-Fertigung getestet. Die Prozessoren sind sparsamer und effizienter als bisherige Modelle. Außerdem verbaut Intel einen kleinen Zusatzspeicher, der als schneller Puffer für Daten dient, wovon besonders Pack- und Bildbearbeitungsprogramme profitieren. Durch die geringe Strukturgröße konnte Intel zudem die Rechenwerke der Grafikeinheit mehr als verdoppeln. Die Iris Pro ist daher die schnellste integrierte Grafikeinheit am Markt. Einziger Haken bei Broadwell? Das i7-Modell ist zu teuer, nur die i5-Version rechtfertigt den Preis. Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers. Hacker in den USA haben anhand eines Cherokee-Jeeps gezeigt, dass es möglich ist, über die Internetverbindung des Unterhaltungssystems die Kontrolle über ein Fahrzeug zu übernehmen. Fiat Chrysler hat seine Kunden aufgerufen, ein Software-Update einzuspielen. Microsoft hat dank Nokia im abgelaufenen Geschäftsquartal einen Verlust von 3,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, Apple hingegen seinen Gewinn auf fast 11 Milliarden US-Dollar gesteigert. 92 Prozent des operativen Gewinns der gesamten Smartphone-Branche entfielen auf Apple. Am Ende scheitert es am Preis der Tryon-Serie. OCCs neue Einsteiger-SSDs unterstützen zwar einen Stromsparmodus und die 3-Jahre-Garantie ist lobenswert. Die Tryon-Modelle sind aber schlicht zu lahm verglichen mit der Konkurrenz, wie unser Test gezeigt hat. Wir haben uns Pixars neuen Animationsfilm Inside Out im zweiten Dolby Cinema Europas angesehen und waren beeindruckt von den Schwarzwerten, den kräftigen Farben und der dezenten Nutzung des Soundsystems Dolby Atmos. Die Technik kann aber auch stören, wenn sie übertrieben eingesetzt wird. Mehr als eine halbe Million historischer Filmschnipsel haben die US-Nachrichtenagentur AP und die britische Wochenschau British Movie Tone auf YouTube hochgeladen. Zu sehen sind beispielsweise Aufnahmen vom Erdbeben in San Francisco aus dem Jahr 1906 oder die Bombardierung Pearl Harbors im Jahr 1941. Keine Reifenpannen mehr. Der südkoreanische Hersteller Hancock hat einen Reifen ohne Luftfüllung entwickelt. In seinem Innern befindet sich eine schwammartige Struktur aus einem Kunststoff-Gummigemisch. Der sogenannte iFlex kann keine Luft verlieren und nicht platzen. Wir haben in dieser Woche einen Quadcopter des chinesischen Herstellers Valkera getestet. Die Full-HD-Kamera macht gute Bilder, die Kameraaufhängung gleicht die Flugbewegung aus und die Fernsteuerung ist gut gelungen. Aufgrund eines Akkuschutzmechanismus neigt die Drohne aber leider dazu, spontan abzustürzen. Ein Junge ist verschwunden und der Spieler soll ihn in der geheimnisvollen Welt von The Vanishing of Ethan Carter wiederfinden. Das Adventure des polnischen Entwicklerstudios The Astronauts bietet knifflige Rätsel, vor allem aber eine wunderbar düstere Atmosphäre. Die PlayStation 4-Version punktet mit noch schickerer Grafik als die bereits etwas länger erhältliche PC-Version. Das war der Wochenrückblick von Golem.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017